Das Leute, ihr kennt ja Gruselgeschichten. Es gibt sie in langer, mittlerer und kurzer Form. Die kürzesten unter ihnen sind die Zweisatzgeschichten. Ich habe mal ein paar zusammengesucht, die klein, aber fein sind. Ihr müsst euch beim Zuhören in die Lage hineinversetzen, um auch wirklich den Horror zu spüren. Ich beginne ihn zuzudecken und er sagt mir, Papa, guck unter meinem Bett, ob dort Monster sind. Zum Spaß gucke ich unter seinem Bett nach und sehe dort einen anderen zurückstarren. Zitternd flüstert er. Papa, da ist jemand in meinem Bett. In meinem Handy ist ein Bild von mir, wie ich schlafe. Ich lebe allein. Seitdem ich allein in diesem Haus wohne, habe ich mehr Türen geschlossen als geöffnet. Sie fragte, warum ich so schwer atme. Das war ich nicht. Es geht nichts über ein Babylachen. Es sei denn, es ist ein Uhr früh und man ist allein im Haus. Ich kann mich nicht bewegen, nicht atmen, sprechen oder hören. Es ist dauernd so dunkel. Wenn ich gewusst hätte, dass es so einsam ist, hätte ich mich stattdessen einäschern lassen. Ein Mädchen hörte ihre Mutter ihren Namen von unten rufen, also stand sie auf und machte sich auf den Weg. Als sie zur Treppe kam, zog ihre Mutter sie in ihr Zimmer und sagte, ich habe das auch gehört. Ich wachte von dem Geräusch auf, dass jemand an Glas klopfte. Ich dachte, es käme vom Fenster, bis ich es wieder aus dem Spiegel kommen hörte. Da ich mit Hunden und Katzen aufgewachsen bin, hatte ich mich an die Geräusche, dass jemand an meine Tür kratzt, während ich schlafe, gewohnt. Jetzt, da ich allein lebe, ist es viel beunruhigender. Das waren jetzt ein paar kurze Geschichten. Wenn ihr Bock auf mehr habt, dann zeigt mir dies in Form einer positiven Bewertung. Schaut unter eurem Bett nach und passt auf euch auf. Der Lauf Der Lauf Der Lauf Vielen Dank.